Hallo? Wer ist denn da? Ja, guten Tag, Herr Alex. Ich wollte dich nicht stören, ne? Ich wollte nur was fragen, so. Ja, wer ist denn da? Was? Wer ist denn da? Ich, der Dennis. Entschuldigung, ne? Ich bin voll der Haute, hab ich voll vergessen, so. Ich bin so aufgeregt, du weißt, was ich mein. Ich hab's das erste Mal angerufen und da bin ich direkt durchgekommen. Voll geil, so, ne? Dennis. Ja? Ich mein, ich find dich voll cool. Das wollte ich dir eigentlich nur sagen, so. Weißt du, was ich meine? Ja, Dennis, aber... Hast du denn noch eine Frage? Äh, leider nein. Leider gar nicht. Und was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht, so, ne? Doch, doch, doch. Warte, warte, Herr Alex. Bitte nicht aufliegen, so, ne? Ich hab doch ne Frage, so. Du kannst doch voll so in die Zukunft sehen, ne? Oder? Sag, was sag ich als nächstes? Sag mal, sag mal, sag mal. Voll cool? Voll cool? Ey, ich schwöre, das stimmt so. Oma, Oma, Larissa, komm und guck in den Mann, ey. Dennis, hallo? Bist du noch da? Ja? Na klar, na klar. Ich hab nur meinem Kumpel Marcel Bescheid gesagt, dass ich im Fernsehen bin. Marcel! Marcel, du Otto! Kala 43 Fernbedienung. Ja, nach den geilen alten. Nein, nicht sexy Sportclips. Da, wo man anrufen kann. Da, mit dem Mann. Genau. Marcel, hörst du mich? Ja, du hörst mich, ne? Ich wink mal so. Ach so, nee, geht nicht. Geht nicht. Dennis. Dennis. Ja? Hast du noch eine Frage? Ansonsten können wir das ja beenden. Och komm, bitte sei nicht so. Bist voll scheiße drauf. Können das sein so, ne? Wir können noch ein bisschen quatschen oder so. Ey, die Karten da. Sind das deine? Komm, wir spielen was so. Poker. Poker, Poker, bitte komm, sei nicht so, bitte. Okay. Dennis. Bingo. Ich hab Full House. Was? Äh, ich habe dich nicht verstanden. Dennis, ich habe Full House. Ja. Ich schätze, du hast verloren. Wenn du dann bitte die 300 Euro auf mein Konto überweisen würdest. Ey, Herr Alex, ey. Ich glaub es nicht. Ich hab vier Asse. Voll geil. Ich glaub, du hast verloren. So kann das sein. Und? Kannst du mir die mal zeigen? Äh, leider nein, leider gar nicht. Aber Moment mal, ich halte dir mal vor den Fernseher. Siehst du? Hier, vier Asse. Dennis. Du überweist mir jetzt das Geld und dann machst du die Leitung frei. Hey, du Otto. Kann das sein, dass du dich bescheißen willst? Machst voll kressiv so, ne? Äh, ich mach schwerartig. Oh! Boah! Scheiße so. Äh, das hast du jetzt da vorne so, ne? Voll in die Fresse so. Echt, ey. Guck dir das an, Marcel. Ich hab den Mann voll in die Fresse gehauen so, ne? Oma! Ich hab ihm voll wehgetan so. Dein scheiß Fernseher. Ich hab ihm voll wehgetan.